Easy-peasy-lemon-squeezy Hey, ich hab, ähm, das Item gefunden. Spiegel? Ja. Mhm. Robert Thomas, Smile-Chasing-Geist-Event, Cruze-Fix, äh, Garage. Du hast instant, äh, 5, ne? Brenzhaft? Mhm. Dann achte mal drauf, ob er wieder runterfällt. Ne, das ist nicht, äh, gerade hoch. Erst auf 3 und dann nach 5. Ah. Give me a sign. So, Spiegel hast du ja schon fotografiert, ne? Ja, hab ich schon fotografiert. Zeke. Ja? Lass es. Ich bin hier oben mit dir. Gut. Wir sind gut genug, dass wir das alleine hinkriegen. Also ich mein, ja, aber du kennst mich. Ich bin dann irgendwann zu faul dafür. Vor allem, wenn er uns hier, äh... Hey, gib uns a damn sign, you... ...tried. Genau. Manchmal glaub ich, ich hab freezing, aber dann hab ich doch kein freezing. Scheiße. Hm. Du hast einen Knochen über wehen. Hier lag eine Hand. Da war ich gar nicht erst drinnen. Oh, okay. Give us a sign! Meine Güte, der Junge ist langweilig. Ist dir was gefallen? Hm? Irgendwo ist was gefallen? Hm, okay. Kann man es lang nicht sagen, wo. Könnte unten gewesen sein. Wer war in der Tür? Freezing! Fingerabdrücke! Geh mal fünf. Oh, toll. Ach, das war ein Dreckskerl, ne? Ich hab mich vor lauter Schreck neben den scheiß Schrank gesetzt. Oh! Oh! Könnten wir möglicherweise einen Twin haben? Oh, bitte nicht. Ne, fällt auch raus durch Freezing und Fingerabdrücke. Demon Hunter General Mimic schon wieder. Juhu! Was brauchen wir dafür? Buch, EMA5, Orb und Box. Gut, ich hab Buch und Box. Okay. Ich komm mit der Kamera mit. Äh, nur kurz weg. Okay, gut. Mhm. Meine Sanity ist höher als deine. Der hat den Venti angemacht im Keller. Jetzt, wo wir wissen, wo er ist. Wo du wollen? What? Are you here? Are you friendly? How old are you? Where are you? What do you want? Are you here? Are you friendly? How old are you? That wasn't me. Ein Arsch. Where are you? What do you want? Fingerabdrücker. Ach so, wissen wir ja schon. Are you here? Ich bin ja eine ganz schlaue heute. Are you friendly? How old are you? Ich geh mal raus. Mag mich nicht. Ah! Bin ich jetzt einfach durch den durchgerannt? Ja, bist du. Ach ja. Boah, bin ich erschrocken. Ich drehe mich um, um das Ding wegzuwerfen. Da steht er da einfach, ey. Wo ist so, dass mich da liegt, ne? Ja, aber kannst du bitte trotzdem warten? Wir sollten vielleicht erst mal ein paar Sachen platzieren. Bevor du da jetzt irgendeinen Scheiß machst. Noch eine Karma. Erhuntet. Was hast du gemacht? Ich bin, ich sehe, ob ich sehe, ob ich sehe, ob ich sehe, ob. Ich habe dir jetzt auch so sagen, ich hätte dir das jetzt auch so sagen können, dass das eine Handtool ist. Okay. Ich bin Revenant, ja, Revenant wäre nicht hingekommen. Für das andere, nee. Ja, der sah aber auch ganz komisch aus. Also, ich meine, ich habe gerade den Handtool-Atem gesehen. Es gibt einen Handtool-Atem. Es gibt einen Handtool-Atem. Und wie ist der? Naja, der Geist atmet freezing. Ah. Atmet, wenn er da unten rumläuft. Ach, der Handtool-Atem ist vorbei. Bist du tot? Nein. Okay. Jesus. Ich habe halt, oh. Geister-Event? Hält er mir noch ein Event rein. Ja, habe ich gesehen. Nee. Ach, so ein dummer Wichser. Sorry. Hast du nicht rausgeschafft? Nein. Er hat sich gedacht, er könne stattdessen lustig sein. Und genau als ich die Tür aufgemacht habe, wieder anfängt zu handen. Das ist aber gemein. Ich habe gerade den Knopf losgelassen. Damit ich rausgehen kann. Tür wieder zu. Und jetzt hantet er mich nochmal von da unten. So. Und raus geht's. So ein Arschloch, ey. Ich sag's dir. Danke. Sehr gut. Hast du toll gemacht. Hast du ein Feuerzeug drin? Ja. Ist er ernsthaft? Shit. Das ist gut. Ja. 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 Ich bin nun nicht in diesen scheiß Schrank gekommen. Und da bin ich fast verreckt. Oh nein. Aber nur was. Ich habe es hingekriegt. Are you here? Where are you? How old are you? Are you here? Are you here? Where are you? Es könnte auch Mimik sein. Ja, aber wir haben alles. Und ich habe das gerade vorhin schon gut genug durchprobiert. Wenn er jetzt auf die Idee gekommen wäre, der auf die Box zu antworten, hätte ich meine Lieblingstasten-Kombination gedrückt für dieses Spiel. Als F4? Genau. Das mit dem Kurzeffekt und dem Smudge-Mod noch nicht funktionieren. Da fragt sich gerade jemand, wo all die Items sind. Nö. Oh, der hat schon wieder den scheiß Venti angemacht. Oh. Ist er hier vorne? Fuck off. Nein, das liegt hier drin. Hi. Sicher, dass das kein Poltergeiß ist? Ja. Okay. Gut. Mein ja nur. Oh, fuck. Hauptsache, ich laufe erst mal ganz chillig nach oben. Hat nicht funktioniert. Schon wieder nicht. Jetzt ist er ganz vorne gestartet. Direkt neben mir. Oh, Mann. Vorbei. Oh, Alter. Nach der Runde gehe ich fix eine schmücken und machen wir einen Kaffee. Der hat schon wieder den Venti angemacht. Oh, Mann. Wollt ihr jetzt hier? Oh. Soll er doch den Scheiß Venti anlassen? Nee, egal jetzt. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert, Harald. Hauptsache, ich stehe hier im Truck, während er das Handeln anfängt, unten im Keller und meine Taschenlampe flackert. Ich fühl bei. Ich fühl bei. Das mit dem Krizefix hat noch nicht funktioniert. Weil der jetzt immer hier vorne steht. Weiß ich, aber was du meinst, ja, das hätte halt supergut sein können, ne? Ähm. So. Ne? Also, ich würde da sogar eigentlich auf Twin tippen. Ja, Twin ist ja komplett raus, aber ich würde dann halt doch eher sagen, dass wir eine Mimic haben könnten. Aber er hat uns dann nicht auf die Box geantwortet. Weil ich fand ihn zum Beispiel überhaupt nicht schnell. Im Handtuch wäre ja zumindest unten schnell und ich fand, der hatte ein ganz normales Tanto drauf. Also, bei mir vorne und angefangen hat zu handen, da war aber erst schnell. Kein? 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 Und ich jetzt gar nicht. Alter. Tür auf, Tür zu. auf hierzu der kann schon entscheiden und hat blüte kruise fix hat ja dann die freunde dann gefressen du lutscher You can't even haunt me. You are such a noob ghost. Abgeschlossen. Such a noob ghost. So. Können wir loslegen? Können wir fahren? Mhm. Können wir fahren? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Jetzt sagt ihr gleich, dass das halt doch ein Mammik war. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich bin mir nämlich total unsicher. Ich mir auch. Ich mein, wir Benzer sehen, ne? Ganz ehrlich. Ich bin der Meinung, dass das ein Mammik ist. Ganz ehrlich. Der muss ja mal scheiß Winti, geht mir auf den Keks. Ja, 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 ja. Ich bin der Meinung, dass du hier bist. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Är du hier? Was willst du? Är du hier? Do you wanna be my friend? Är du hier? Were are you? Är du hier? Är du hier? Är du hier? Handtunk. 0 negativ minus 10 dann bleibt uns ja nix anders als zu fahren ja bist du so weit hast du eingetragen ok ich schwöre dir das ist einfach war einfach mal so weigern auf die scheißbox antworten es war ein handschuh 16 minuten 46 fünf fans fünf events alleine davon waren ja am anfang schon ganz viele 38 interaktionen wow